Ich glaube, also das ist sehr, sehr wichtig, ein sehr, sehr mythisches Symbol, was mich auch begleitet, egal wo ich in meinem Leben war, als etwas Sehnliches, Tiefes, Ehrliches. Ich bin Luba Turba. Ich bin am Baykalsee geboren, in Sibirien. Ich habe neun Jahre verschiedene Künste studiert in Russland, in Moskau, in Nizhny Tagil. In Deutschland bin ich seit 1994 mit meiner Familie. Und das ist auf der anderen Seite irgendwo, Insel Krim, wo ich auch in meiner Kindheit als Pionierin im Artec-Lager war. Und das hat mich sehr beeindruckt. Wasser ist eine Art Verknüpfung. Dann bekomme ich einen Impuls. Dann belebt es mich, wenn ich am Wasser bin. Und also am Nordsee oder am Bodensee oder irgendwo in den Bergen, in Allgäu oder sogar auch Birkensee. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Aber das ist ja auch, wo diese Kraft bekomme ich. Und diese Impulse zu vermitteln. Das habe ich in einem Bullen, auch draußen gebastelt, angefangen. Ja, das ist schon schmerzlich, wenn ich mich erinnere, wie habe ich das erlebt. Okay, und da habe ich meine letzte, ganz, absolut ganz neue Art, was ich nie gehabt habe und überhaupt. Ich habe auch in Deutschland immer wieder verschiedene Arten, für meine persönliche Entwicklung. Ich war immer neugierig auch für andere Techniken und andere Art, wie kann ich mich ausdrücken, meine Gedanken, meine Wahrnehmungen. Und ich war auch als Restauratorin beschäftigt in Nürnberg. Mit meinem alten T-Shirt, was ich immer wieder, mit welchem habe ich diese für alle Bilder gemacht habe, habe ich angefangen. Ich habe ein sehr, sehr, sehr großes Wunsch, dass diese Bilder erst mal als diese Energieträger, also meine Impulse, als meine Erlebnisse, dass die werden auch atmen, irgendwo anders, bei anderen Leuten, als positive Energieträger. Eine Sache und andere Sache, dass diese Bilder könnten für guten Zweck verwendet sein. Ja, das möchte ich gerne, dass das Geld von diesen Bildern gespendet sein wird, für die Organisationen, welche brauchen das gerade sehr.